so ein herzliches willkommen hier zurück wir starten unseren lkw wir haben sogar schon einen auftrag angenommen wir fahren rüber auf die insel manchester ist das große aus und dann was los von mir einfach wir sind ja eh da her ja dann war das ich brauche aufträge drin deswegen und fragt man wenn ich so weit weg da waren wir auch wir fahren mal in die hauptstadt von frankreich wir fahren mal in die hauptstadt von frankreich mal aufgeladen so jetzt kann die reise beginnen wir sind nicht einmal so weit drei stunden 32 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 4 4 5 5 6 5 Okay. Kalle, einfach mal raus aus Lili. Gut, Luftpost zu liefern nach Paris, sollte jetzt wahrscheinlich in den Flughafen gehen. Und dann wird es verschickt wahrscheinlich. Mal sehen, wie es in Paris ist. Facebook. Da müssen wir abfahren. Genau, Paris. Oh, der Rebekka hat wieder was angenommen. Ja, 9300, das ist momentan der Kontostand. Wir haben uns vom letzten Mal noch einen Auflieger gekauft. Wir haben auch ein bisschen weniger. Wir haben aber wirklich gespart. Wir werden jetzt wahrscheinlich über die bunte Straße da Richtung verholst werden. Mal schauen, ob wir in Paris was erkennen. Paris hat doch eine Stadt mit vielen Wahrzeichen, die man kennen sollte. Wir haben auch ein bisschen mehr gesehen. Wir haben auch noch ein Museum oder was ist das? Museum. Das Pyramiden. Paris geradeaus. Schöner Trip auf jeden Fall nach Paris. Weil, wie gesagt, immer nur Autobahn ist eh nicht so, dass Lamanz da so mal über die Bundesstraße ist. Das ist schon ganz okay. Mal was netzes. Mal was. Okay. Ja, da haben wir mal Verkehr am Zelten, die Autobahn drüber, an der Tankstelle, tanken es nicht. Du, 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 so. 80 Kilometer nach Paris? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist der BHV Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist der BHV, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Ja, wir werden was sehen, wir suchen uns dann aus, wir sehen uns in der nächsten Folge Untertitelung des ZDF, 2020